Season 3 confirmed. Shocking new synopsis for Jurassic World Chaos Theory. Season 2. Ist deshalb 720p maximal? Eigentlich nicht, ne. Ist das dramatisch jetzt für den Stream heute? Wenn es jetzt erstmal nur auf 720p ist. Ne, passt, sagst du, was sagt denn der Rest? Weil ich weiß jetzt hier nicht, warum er es nicht geändert hat. Ne, da ist 1920x1080 eigentlich eingegeben. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch Ton habt. Chaos Theory Video. Today, we're going over what seems to be a somewhat new synopsis that was released by the official Netflix account that may have accidentally confirmed a brand new season after Season 2 of Chaos Theory. So if you're excited to learn more, why not like the video so that we can see how many Chaos Theory fans we truly have here on the video. We're still waiting for Season 2 to release. Season 2 kommt am 17. Oktober raus, ne. Meine, ich mich erinnern zu können. Am 17. Oktober, glaube ich, ne. Ja. Ja, ich schätze aber auch mal. Also drei Staffeln, drei Staffeln, denke ich mal, werden es werden. Ich schlage davon aus. Hey, Baran, wie geht's dir? Wie geht's dir schon wieder? Well, I'll tell you exactly what I mean by this right after you subscribe and help us get to 250,000 subscribers by the end of the year. If you're looking for more Chaos Theory content or just more Jurassic content in general, then this is the best place to be as we cover everything to do with the Jurassic franchise. The animated series, the brand new movie and the brand new video games all come in within the next year and a half. So why not press that button and count that as your good deed done for the day. But for now, enough of my yapping. It's time to learn about the new synopsis for Season 2 that may have just revealed a third season for Jurassic World Chaos Theory. So let's... Ich meine, Jurassic World Chaos Theory müsste dann ja auch mit Staffel 3 anschließen an Jurassic World Dominion. Es sei denn, Jurassic World Chaos Theory Staffel 2 schließt schon bei Dominion an und Staffel 3 ist dann wirklich eine Brücke zu Rebirth, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Da ist zu viel Zeit vergangen dazwischen. A little bit ago, we actually made a video of when we could expect to see Chaos Theory Season 3. But at the same time, we didn't really have too much substance to go off wherever or not a Season 3 would happen. We just assumed that three seasons of this show makes a lot of sense, especially given how infrequent these seasons are coming compared to Camp Cretaceous. So logically speaking, with Camp Cretaceous having five and arguably the first three seasons being the best, we just assumed that a third season of Chaos Theory is going to be on the cards. But we didn't really have anything really to go off confirmation-wise. Until today. So very recently, we actually got a brand new article released by Netflix where they just go over their upcoming releases on the platform during the month of October. And of course, one of them is Jurassic World Chaos Theory Season 2. And they give us a brand new image of the Sukho Mimus. But simultaneously, they also give us a somewhat new synopsis. But I don't know why... I feel like I've read this a few weeks ago, maybe even a few months ago, so I'm not sure if this is 100% new, but either way, it's interesting nonetheless. They go ahead and say, Ja, drei Staffeln wird Sinn machen. Hier haben wir jetzt die neue Synopsis. Also, Staffel 2 zu Jurassic World Chaos Theory erscheint am 17. Oktober 2024. Hier steht drin, New Dinos, New Dangers, New Allies, Das ist, glaube ich, hier der Satz, den die meinen. Dieses goes global, weil wir wissen ja, dass die in Staffel 2 noch nicht global gehen. Das ist ja noch Westafrika, deswegen geht man davon aus, dass das hier schon so ein bisschen verrät, dass sie dann wohl in Zukunft, naja, eben global unterwegs sein werden. In Staffel 3. An elusive villain, that takes them all over the world. Now I know, you guys are just going to be sat here and be thinking, Swerve, where does it say season 3? It doesn't directly say season 3. But if we do look at this, the camp fam goes global, on a search for answers, and an elusive villain, that takes them all over the world. Of course, the villain is the broker, somebody that we have been anticipating to see since the first season of the show, and somebody that is confirmed that we will see in season 2 so far. Ey, ich sag euch, der Broker ist... That's not what I wanna focus on, I wanna focus on the key words that are being used here. The camp fam goes global. Now, initially, people are gonna say, ah, that's all across the world, you know, global is in the globe of the earth, unless you're a flat earther, which we're not gonna talk about, but initially, when somebody was too... Ey, dasselbe wollte ich eben gerade auch sagen. Ein kurzer Flat Earther-Witz ist ihm hier rausgerutscht. Hoppla! Also, wenn die Leute unter euch, die glauben, dass die Erde flach ist, dann wird Staffel 3 einfach von der einen Kante der Erde bis zur anderen Kante der Erde spielen. So. Wir wollen ja niemanden hier ausgrenzen, ihr werdet alle ernst genommen. Aber, gerade am Ende, sagen sie, dass diese Suche für Antworten sie alle über die Welt nimmt. Nun, so weit wie wir wissen sind, ist Chaos Theory Season 2, die Mehrheit davon, in West Afrika. Nun, warum würden sie in West Afrika gehen und sagen... In West Afrika habe ich doch recht gehabt, okay. Ähm, Servus Zocker-Fan. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich hoffe, du hast einen schönen Tag, einen schönen Abend und genießt deine Existenz auf der flachen Erde. Ich würde sagen, all over the world, when it is just in West Afrika. Sure, West Afrika is a large area, but that's not even all over the continent of Africa. So, I just... Ja, aber die müssen ja generell global gehen irgendwann. Ich meine, wir haben immer noch eine Freundin von Ben, wo er meinte, dass sie in Europa lebt. Ich glaube immer noch, dass es gelogen ist. Seine Reaktion, die lebt in Europa, ist äußerst seltsam. Aber es muss ja noch irgendwie... Keine Ahnung. Es muss ja zumindest noch von Afrika nach Italien gehen, oder? So, das Biosyn Valley wird nochmal auftauchen, glaube ich. Das muss passieren. Ich finde diese Worte sehr interessant. Ja, glaube ich auch. Also, wir haben zehn Episoden, eine Episode geht 20 Minuten. Kima Daumen. Da wird es schwer werden. Es sei denn, sie handeln wirklich die ganze West Afrika-Geschichte ab innerhalb von... Keine Ahnung. Von fünf Episoden, so die Hälfte. Und gehen dann die anderen fünf Episoden nochmal global über die gesamte Welt verstreut. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich schätze mal, dass Staffel 2 einfach ebenfalls was aufbaut. Und dass wir dann in Staffel 3 wirklich an verschiedenen Punkten der Erde sind. Ich meine, ey... Wir können dann nochmal ganz viel Fanservice bekommen. Wir können irgendwie vielleicht miterleben, dass... Möglicherweise ein Darius sogar Owen kennenlernt. Ja, wenn dann Owen ja auch die Parasaurolophos einfängt zu Beginn von Jurassic World Dominion. Vielleicht war auch Darius da irgendwo mit dabei. Das könnte man ja irgendwie alles so mit reinbauen. Das sehen die Amerikaner aber anders. Ey, also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass, äh... Ja, dass das... Ja, komm, ich lasse es sein. Bitte kein Owen und Darius Team ab. Ich will die Hand nicht sehen. Ja, das könnte passieren, dass wir nochmal den hier kurz zu Gesicht bekommen. Aber die wollen doch, sagen wir mal ganz ehrlich. Also die werden auf jeden Fall Jurassic World Chaos Theory und Jurassic World Dominion miteinander verbinden. Den Bogen haben sie damals auch schon geschlagen. Bei Camp Cretaceous, wo dann auch Louis Dodgson auftauchen musste, weil er ist ja der Antagonist des neuen Kinofilms gewesen. Das werden die hier ähnlich machen. Hier wird irgendwas passieren und ich sag euch, Sayona Santos wird der Broker sein. Und das ist dann der Übergang von Sayona Santos zur Malta-Szene in Jurassic World Dominion. Irgendwie sowas wird schon passieren. Doch, doch. Ganz sicher. Das ist mehrere Konten, also drei vielleicht. Das ist eine Art Konten, für diese Geschichte zu sagen, dass sie wieder auf einen Schliffhanger in Season 2 und weitergehen. Und dann noch eine 3rd Season von Jurassic World Chaos Theory. Therefore, logically speaking, I just think that this makes a lot of sense to be the first somewhat confirmation of a third season for the show. Now, if you want to work out when exactly we will see the third season of the show, you can go ahead and check out my previous video where we did discuss that. Just simply go to the YouTube search bar and search When is Jurassic World Chaos Theory Season 3 happening? And hopefully my video does pop up. Es ist aber noch ein bisschen früh jetzt, oder? Ich meine, ich fange ja an schon früh zu spekulieren, aber wir haben noch nicht mal Staffel 2 bekommen. Also, wenn wir Staffel 1 haben wir dieses Jahr bekommen, wir bekommen Staffel 2 jetzt auch noch dieses Jahr, dann sage ich euch, Staffel 3 bekommen wir nächstes Jahr im Sommer, so Mai rum. Ja, kann das sein, Mai. Oktober, Staffel 3. November, Dezember, Januar, Februar, März, April oder schon im April vielleicht sogar. Ja, irgendwie sowas. Hätte eher gesagt März oder so, März kann auch sein, ja. Ja, ich glaube Mai ist ein bisschen weit noch hin, aber März, ja März, April sowas in der Drehung, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Wir wissen, dass 10 Episodes einfach nicht genug ist, um die ganze Welt zu gehen, und wir wissen, dass diese Geschichte endet auf Cliffhangers. So, jetzt mit dieser Synopsis, dass es sie all über die Welt nimmt, ich denke, es ist einfach sehr logisch, zu sagen, dass eine 3. Season von Chaos Theory wird passieren, und vielleicht sogar bis zum Februar. Aber egal, es macht mir einfach viel Sinn. Ja, aber ich glaube auch, dass die wirklich Staffel 1, 2 und 3 relativ gleichzeitig produziert haben. Ich wette, die haben einfach von Jurassic World Chaos Theory irgendwie so 30 Episoden produziert, und dann einfach dazu sich entschieden, dass die die jetzt in drei verschiedenen Staffeln raushauen werden. Das fühlt sich zumindest alles sehr zusammengehörig an. Was mir gefällt. Glaubt ihr im Chat, glaubt ihr, dass wir in Jurassic World Chaos Theory, also in der Serie generell, egal welcher Staffel, dass wir da irgendwie einen Hinweis bekommen werden auf eine Art von Krankheit, die von Dinosauriern ausgeht. Weil ich frage mich immer noch, ob diese Punkte, die Ben in seinem Van verbunden hat, diese Punkte sind ja alle in Surinam zusammengelaufen. Und Jurassic World Rebirth spielt ja zum Teil in Surinam. Und ich frage mich, ob das ein Easter Egg war, oder ob das wirklich Teil der Geschichte wird. Dass hier schon mal irgendwie ein Saurier vielleicht auftaucht, der irgendwie eine Krankheit hat, und dann infiziert sich einer von den Helden damit vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht wie der Sammy. Die hat ja schon den Scorpius Rex überlebt. Die hat jetzt irgendwie auch immer so eine Krippe, bekommt Fieber, und dann merken die, okay, scheiße, da geht ein Virus von Dinosauriern aus. Könnte das jetzt hier schon passieren? Wäre doch geil. Weiß nicht, das wäre eher Easter Egg, da die Sechs das ja nicht lösen könnten. Ne, lösen könnten tatsächlich nicht, das stimmt schon. Ich meine, gut, Jurassic World Rebirth spielt ja auch was, fünf Jahre nach Dominion, und Chaos Theory spielt ja noch mal vor Dominion, aber man könnte es schon irgendwie so ein bisschen anteasern, dass da vielleicht auch schon mal so der ein oder andere kleine, kleine Niesanfall mit eingebaut wird, und dann merken die, hoppla, hast du einen Schnupfen? Und dann wissen wir, aha, aha, da ist es losgegangen. Ja, und während Swerve hier gerade wirklich verzweifelt versucht, seine, wie viele? 200? Moment, wie viele hat er? Seine 250.000 Abonnenten zusammen zu sammeln, würde ich mich freuen, wenn wir dieses Jahr noch auf knackige 25.000 kommen. Das wäre schön. Ja, also Staffel 3 damit confirmed. Ich gehe davon aus, dass die hier tatsächlich schon so ein bisschen so ein bisschen weiter gedacht haben. Und dass die dann eben wirklich sagen, okay, wir bekommen jetzt eine Geschichte geliefert, die in Westafrika spielt, und was auch immer dann da passiert, sorgt dann dafür, dass unsere Nubler Six dann wieder in der Welt verstreut werden. Ich denke mal, dass wir jetzt auch hier das Rätsel mit Brooklyn lösen werden. Der Broker wird enthüllt werden, und Staffel 3 ist dann eben einfach nur die Aufgabe, den Broker irgendwie aufzuhalten. Möglicherweise bekommen wir auch Barry nochmal zu sehen, weil Barry ist ja doch beim Geheimdienst, beim Französischen. Könnte das vielleicht, könnte das möglicherweise auch so eine, so eine Connection mit Bands Freundin sein, dass die in Frankreich lebt? Könnte das sein? Irgendwie sowas. Also, die werden das zusammenführen. Und ich glaube, die machen das ganz gut. Da bin ich bei den Animationsserien wirklich sehr, sehr zuversichtlich aktuell.